Über die linke Seite, noch einmal Hack, kann er sich da durchsetzen, durchgestochen, noch einmal, die Flanke in den 16er, steht dann einer, da ist Corbieno, der hält der Keeper, und da steht Kai Bielefelder, ist das bitter, aber noch ist der Ball da, noch einmal ist es Lasme, und dann noch einmal der Schuss, ins Tor, ins Glück, in den Winkel von Kanuric, Dropkick, was für ein Traumtor in der 90. Minute, und das ist verdient, das ist verdient, nach einem vermoseten Spiel, nach dem 0 zu 1, da steht Koschinat, hebt die Hand, hebt die Hand, und sagt, das war's, was für eine Granate von Kanuric, dem Österreicher, vorbereitet von einem Lasme, da stehen sie Kopf, 90. Spielminute, es steht 2 zu 1 für Arminia Bielefeld.